yo leute ich bin es wieder euer gmania und in diesem video zeige ich euch wie ihr solo als auch im korb mindestens 5000 bis 10.000 shocks in der ersten runde bekommen könnt ihr könnt es einmal machen mit verbrauchsobjekten und spezialfähigkeiten als aber auch komplett natural ohne ihr habt in der ersten runde werdet ihr circa 35 bis 38 zombies bekommen solo natürlich ist alles in korb in zwei drei oder vier spieler natürlich wesentlich mehr da ist auch die ausbeute von den shocks auch natürlich mehr und man kann das theoretisch auch bis 15.000 richtig ausreizen wenn man mit verbrauchsobjekten und spezialfähigkeiten die richtigen dinge mitnimmt so kommen wir mal zum setup für die spezialfähigkeit nehmen wir explosionsschock dazu nehmen wir feurigen ausbruch zone erhalten und räuber bei räuber kriegt man ein bisschen mehr schocks wenn man die zombies in nahkampfangriff tötet ja zu erhalten heißt das ist die zombies in der zone stehen bleiben und voriger ausbruch gibt dass man im endeffekt punkte bekommt während die zombies in der zone stehen wenn man das nicht hat oder nicht freigespielt hat ist auch kein problem da nimmt man nur räuber mit ja dann kriegt man in der runde wenn man das komplett natural spielt ohne doppelte punkte ungefähr so 4500 solo ja bei einer vierer runde ist ein bisschen mehr wieder dann kann man verbrauchsobjekte natürlich auch mitnehmen man nimmt dann zum beispiel eine ladung doppelte punkte mit oder zwei natürlich wenn man vier leute spielt kann jeder einmal eine mitnehmen da hat man vier oder mindestens drei ergibt natürlich mehr schocks ende der runde ja dann geht es los und zwar wenn die runde beginnt runde null alleine kann man anfangen auf jeden fall die zombies versuchen abzuschießen mit einem schuss ja aber nicht töten nur einmal nur jeden zwei einmal anschießen wenn du im korps spielst also mindestens zwei spieler bis drei oder vier werden die ersten zehn 15 zombies aus dem wasser kommen und anfangen zu sprinten dann kann man die alle auf jeden fall töten aber nur die ja und am besten auch nur der der auch den explosions schock aktivieren will für die nächste runde damit auf jeden fall die fähigkeit schon mal ein bisschen geladen ist so dass man in der nächste runde entweder nicht so viel anschießen muss oder so viel zombies killen muss ja und dafür die beste ausbeute hat von punkten und zombie kills für die erste runde so danach gehe ich hin und train die zombies so ein bisschen dass sie sowieso im kreis stehen und laufen dann praktisch entweder rechts zur tür oder links zur wand mit den zombies die kommen dann später nach langsam ja und wenn sie dann dann da sind renne ich komplett gegenüber noch mal und dann sind sie alle weg dann spawnen in der ersten runde dann alle zombies die ich in der folgenden nicht getötet habe in runde eins das heißt statt dann fünf zombies die dann kommen kommen dann jetzt gleich schon 15 oder knapp 20 und dann kann ich meine fähigkeit voll laden indem ich dann die zombies einmal anschießen ich kann sie nicht mehrmals anschießen die gefahr ist einfach so groß dass sie dann sterben und danach wenn ich meine fähigkeit voll habe traine ich die zombies und aktiviere dann mein explosion schock ja und danach direkt auch doppelte punkte so habe ich das nicht ja spiele ich im endeffekt ohne verbrauchsobjekte und ohne spezialfähigkeit kann ich sie eigentlich dann praktisch zweimal anschießen ja und dann töten eventuell sogar nur einmal anschießen und dann praktisch mit der schaufel töten so danach ist es aber so dass auf jeden fall das ist ganz ganz wichtig ihr in der runde einen oder zwei zombies übrig lässt ja das ist wichtig nicht die runde beenden sondern in der runde drin bleiben so dann geht ihr hoch öffnet die türen ja die erste für 750 die zweite für 1000 und die dritte für 1500 ja und geht dann ins u-boot rein es dauert nicht lange bis die beiden zombies dann auch in u-boot spawnen ja nicht töten einfach im moment warten das kann 30 40 sekunden dauern maximal eine minute ungefähr oder auch vielleicht mal ein bisschen länger je nachdem ja aber dann setzt der nebel draußen ein ja das ist immer sobald ihr praktisch den strom aktiviert oder hoch kommt auf die erste etage setzt der nebel relativ schnell ein und alle zombies spawnen dann im u-boot ja und bewegen sich auch ganz normal ja wenn das passiert habt ihr die möglichkeit wieder nutzt ihr die fähigkeiten ja und verbrauchsobjekte train die zombies aktiviert die fähigkeit und dann direkt auch doppelte punkte habt ihr das nicht dann müsst ihr ganz normal natural könnt ihr die einfach alle nochmal anschießen zweimal und dann messern so dann habt ihr in der regel mindestens 5000 also 4 bis 5000 ja wo ihr viele Sachen mit aufkaufen könnt und im bestenfalls an die 14.000 schon in der runde 1 das heißt ihr könnt eigentlich alle schon machen ja das heißt wenn ihr die spezialfähigkeit aktiviert habt könnt ihr die ausbrennen lassen zombies leben lassen ihr könnt hochgehen die kreissäge zusammenbauen kaufen die zombies dann im endeffekt versuchen ins rückkehrt rauszureißen und mit den zombies auch schon anfangen die kreissäge zu füllen also da seid ihr dann relativ schnell schon im spiel fortgeschritten mit den dingen die ihr tun kann entweder easter egg oder verschiedene herausforderungen ja wo ihr gar nicht so hoch in die runden einsteigen müsst so das ist mein tipp ja wie es am besten machen könnt wie am besten punkte holen könnt ja probiert es aus für einige herausforderungen ist es sicherlich zu vorteil und das war es von mir wieder wenn ich euch helfen konnte würde ich mich freuen über ein like ja wenn euch das video gefallen hat ja abonniert den kanal aktiviert die glocke und dann würde ich sagen bis dann euer gmania ciao